Moin, mein Name ist Daniel Fürst. Ich bin Innendienstmitarbeiter der Firma Wintermann hier in der Bremer Ausstellung. Ich habe schon bereits vor ca. 15 Jahren meine Ausbildung bei der Firma Wintermann gemacht, war danach jahrelang als Monteur unterwegs, habe dann vor ca. 4 Jahren meine Meisterschule gemacht und bin nun seit ungefähr 3, 3,5 Jahren hier in der Ausstellung als Innendienstmitarbeiter tätig und berate Sie hier vor Ort und zeige Ihnen unsere schönen Treppen. Untertitelung des ZDF, 2020